Pssst, Hamburg. Was? Kannst du mir ein paar Tipps geben, wie ich direkt wieder aufsteigen kann? Ich? Ja klar. Du fragst die Flitzpiepe? Die schaust du seit Jahren nicht aufzusteigen. Frag lieber mich. Aber du hast doch einfach mehr als ich. Immerhin verleihe ich nicht 6-4 gegen Magdeburg. Wir haben 7 Punkte mehr als du, Papa Kleineburgchen. Aber ich bin der glorreiche S04. Und ich die glorreiche Hertha. Und trotzdem seid ihr beide gerade im Abschiebskampf der 2. Liga. Klappe halten und die Hausaufgaben machen. Was machst du jetzt so doof? Nicht nichts.